Sagen sie Nein zu Eis Weißt du, warum es schwierig wird, sinkende Eis oder Cupcakes zu sagen? Sogar wenn du selbst Vater geworden bist nach den Forschern spielst die Medien eine wichtige Rolle Haltung gegenüber Kindern verschiedenen Futs.Watt Kinder Lars über das Essen zu beeinflussen, wenn sie Jung zu Gewohnheiten, die sie durch Adalthood punkte. Hohes Fett und Süß Inhalt halten Essen übersetzt waren es ungesund für Leiden diejenigen, die an Diabetes, Asthma und andere Lungenerkrankungen jetzt haben die Forscher die Schuld auf die Medien gesetzt und behaupten, dass sie die Essgewohnheiten der Kinder beeinflussen. Essgewohnheiten von Kindern basieren auf ihrer Lektüre und sie pflegen solche Geschmäcke durch das Erwachsenenalter. Kleinkinder haben keine unabhängigen Meinungen von Lebensmitteln wünschenswert oder nicht, bis die Medien, Fernsehen und mehr Bücher ihnen sagen, was gerne mögen und nicht, wenn nährstoffarme Lebensmittel häufig nicht nur präsentiert, sondern positiv, sie tragen wahrscheinlich Blickkinder von ihnen als beide Verordnungen. Und desirable Punkt der Studie, in der Zeitschrift Appetite veröffentlicht wurde, untersucht, wie Medien Einflüsse Einstellungen gegenüber verschiedenen Lebensmitteln. Einzelteile für Kinder im Alter zwischen 2 und 4. Kids sind im Grunde nichts essen, wenn wir zulassen, dass sie wählerisch seien. Kurz nach in etwa 6 Monaten. Feste Nahrungsmittel einzuführen, Kindergarmen sind in der Erforschung Modus und Verhalten ist nicht auf die im Allgemeinen ihrer Nahrung gebunden noch, Golf von. Tribeca Pediatrics in den USA wurde mit den Worten in den New York Magazinen zitiert. Da Bücher für Kinderfernseher als beliebtestes Medienquelle folgen, befragten die Forscher 100 Fiction- und Non-Fiction-Bücher für Kinder zu sehen, wie oft Nahrung depiktert Punkt in Bücher für Kinder war, stand Eis heraus, weil es oft als angeboten als Belohnung gemalt eine Gelegenheit, so dass jemand sich besser fühlen, und oder angezeigt eine glückliche Endingpunkt nur andere Lebensmittelgenossen solch einen besonderen Status mit einer solchen privilegierten Konnotation Punkt-Berenz kann führen. Kinder zu lieben Gemüse zu feiern, indem sie Bücher einzuführen, die Darstellungen von gesunden Lebensmitteln betonen als nun, die Forscher bemerkten. Kinder haben keine eigenständige Meinung über das Essen, bis wir sie lehren lassen. Für viele ist Eis die Nummer 1, die sie niemals Nein sagen können. Es besteht kein Zweifel daran, dass Eis eine ausgezeichnete Energiequelle ist, obwohl der Ernährungsinhalt unter den Marken variiert. Es ist auch eine Nahrungsquelle von mehreren essentiellen Mineralien und Vitaminen. Die hohe Fett- und Süßinhalt machen es diejenigen, ungesund jedoch für Diabetes, Asthma und anderen Lungen-Deseases. Now Leiden, haben die Forscher die Schuld auf die Medien und Zustand versetzt, dass sie die Essgewohnheiten der Kinder beeinflussen. Essgewohnheiten von Kindern basieren. Auf ihrer Lektüre und Sipp legen solche Geschmäcke durch das Erwachsenenalter. Laut einem Bericht in Elle, ist es die Medien beide Bücher und Fernsehen, die Kinder, was mögen und nicht mögen erzählt, für Kinder nicht eine unabhängige. Meinung über Nahrung wünschenswert oder nicht. Kinder denken nährstoffarme Nahrung als wünschenswert und normativ, wenn solche Lebensmittel ihnen häufig und positiv präsentiert werden. Die Ergebnisse basierten auf einer Studie, die bei Kindern zwischen zwei und vier Jahren über den Einfluss von Medien auf die Haltung der Kinder gegenüber verschiedenen Lebensmitteln durchgeführt wurde. Die Studie erscheint in der internationalen Forschungszeitschrift Appetite. Kinder werden alles essen, wenn wir nicht lehren, dass sie wählerisch sind. Kindergarmen in einer Explorationsmodus sein werden, kurz nachdem sie in der Welt der festen Nahrung eingeführt werden. Doldoktor Tritia Gold New York Magazine Forscher fanden heraus, in den Büchern, dass Eis oft als etwas dargestellt bot eine Gelegenheit zu feiern, ein glückliches Gefühl zu setzen oder jemand macht sie besser fühlen. Eis wird eine privilegierte Konnotation mit einem bestimmten Status gegeben. Die Forscher sagen, dass es für die Eltern, Kinder zuliebe Obst und Gemüse zu führen, indem sie Bücher einzuführen, die gesunde Lebensmittel darstellen. Brian Gould, Professor für Agroökonomie an der University of Wisconsin, berichtet, dass die durchschnittliche US-Bürger verbraucht über 14 Pfund von Eis. Im Jahr 2006. Es ist klar, dass die meisten Menschen genießen die Gefrorene behandeln regelmäßig. Leider, wie die meisten leckeren Speisen, Eis ist an einigen potenziell schädlichen Inhaltsstoffen hoch, vor allem auf das Herz-Kreislauf-System. Eis ist das beste Dessert in Massen, wenn Sie schreien wollen für eine Angioplastie Fett Wie alle Milchprodukte ist Eis auch reich an Fett. Eine 1-2-Cup-Portion einer führenden Marke der am meisten verbrauchten Geschmack von Eis, Vanille enthält 9g Fett. Deren Fett ist ein Nährstoff und der Körper braucht eine bestimmte Menge, um Hormone zu produzieren, liefern Energie und schützen Organe, zu viel. Kann zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Fett sollte etwa 20 bis 35% der gesamten Kalorien ausmachen. Wenn Sie eine typische 2.000-Kalorien-Diät verbrauchen, werden Sie vermeiden wollen, verbrauchen mehr als 78g Fett jeden Tag. Eine Portion Vanille-Eis enthält mehr als 10% dieser Menge. Beachten Sie auch, dass eine 1-2-Cup-Portion ziemlich klein ist. Gesättigte Fette Gesättigte Fettsäuren werden häufig in tierischen Produkten wie Fleisch, Milch, Eiern und Butter gefunden. Überschüssiger Verbrauch von Gesättigten Fettsäuren kann ihre Blutcholesterinspiegel erhöhen, was zu arteriellen Blockade und letztlich zu Herzinfarkten und Schlaganfällen führen. Die US Department of Agriculture berät die Begrenzung der gesättigten Fettaufnahme auf weniger als 10% ihrer gesamten Kalorien. Eine 1-2-Cup-Portion Vanille-Eis enthält 6g oder etwa 28% dieser Menge, basierend auf einer 2.000-Kalorien-Diät. Voll von Cholesterin Übermäßiger Verbrauch von Lebensmitteln Die hochindetetischen Cholesterin können ihre Blutcholesterinspiegel erhöhen und erhöhen ihr Risiko von Herzerkrankungen Eine 1-2-Cup-Portion Vanille-Eis enthält 25 mg Cholesterin. Die US Department of Oster empfiehlt, weniger als 2.300 mg Cholesterin jeden Tag zu verbrauchen, um zu vermeiden, dass ihr Blutcholesterinspiegel und weniger als 1.500 mg pro Tag, wenn sie über 50 sind oder eine Geschichte von Herzerkrankungen oder Diabetes haben. Während eine Portion Vanille-Eis nicht in Gefahr ist, die von Oster empfohlene Grenze zu erreichen, stellt das Institut für Medizin keine empfohlene Nahrungszulagen für diesen Stoff ein- und empfiehlt, es so weit wie möglich zu begrenzen. Ihr Körper produziert etwa 1.000 mg Cholesterin pro Tag allein. Hoch in Zucker Zucker ist eine leere Kalorien. Es enthält kalorischen Wert, aber trägt keine anderen Nährstoffe für die Ernährung. Sie können alle Zucker essen, die Sie wollen und erreichen Sie Ihre täglichen Kalorienanforderungen, aber Sie müssen noch zusätzliche Kalorien verbrauchen, um Ihre anderen Nährstoffbedürfnisse zu erfüllen. Daher kann Zucker erheblich zur Gewichtszunahme und letztlich zur Herz-Kreislauf-Erkrankung beitragen. Die Auswirkungen von Sugar auf die Blutzuckerwerte können auch zu Diabetes führen. Die American Heart Association empfiehlt, dass Männer und Frauen ihre tägliche Zuckeraufnahme auf 150 bzw. 100 Kalorien beschränken, um diese gesundheitlichen Rückschläge zu vermeiden. Eine Portion Vanilleeis enthält 40 Kalorien aus Zucker oder etwa 27 bis 40 Prozent der empfohlenen Grenze der Männer für Männer und Frauen. Ist das Eis für dich schlecht, wenn du zu viel davon isst? Jede Münze hat zwei Seiten. Sie können nicht ignorieren die negativen Auswirkungen der Über- Eis essen. Moderation ist wichtig, wenn man jede Marke oder Art von Eis essen. Nehmen Sie nicht mehr als zwei Esslöffel Eis pro Tag. Wenn Sie sich nicht sicher sind. Über die Gewicht hätten gesundheitlichen Vorteile im Vergleich zu den gesundheitlichen Risiken einer Marke von Eis, lesen Sie die Nährstoff-Label auf den Behälter. Sorgfältig.